Gott selbst ist ohne uns unvollständig. Wir alle sind Teil von ihm. Nun dürfen wir genau hinschauen und erfahren, dass dies wahr ist. Unsere scheinbaren Urteile und Ängste wollen losgelassen werden, sodass wir erkennen, dass wir in Wahrheit eins sind, ohne Unterschied, eins in Gott. Vater, du willst, dass wir alle deinen Ruf hören, vereint in dir. Mit dir zu lernen und zu heilen. Was für ein Geschenk. Mögen wir uns in Hingabe, im Geben und Empfangen üben. Jetzt wollen wir wahrlich hilfreich sein. So wie du Gott willst. Vertrauen, Zuversicht, Deine Liebe, Dein Frieden ist in jedem Augenblick unsere Ausdehnung. Bruder, der Heilige Geist inspiriert beständig Freude in dir. So lass seine Freude durch dich wirken. Übe dich jetzt in Beständigkeit durch dein Geben und Empfangen. Du bist Gottes Freude, seine Herrlichkeit, sein Kanal. Durch dich strahlt das Licht, wird die Liebe ausgedehnt und der Frieden gegeben. Gib dich nun dem Christuslicht ganz hin, in Hingabe zu unserem Vater. Dein Herz, dein Geist sind so weit offen. Die Erlösung ist unser, Heilung geschieht. Vertraue und lass los. Du bist Liebe, Bruderherz. So liebe und lass dich lieben. Die Welt ruft nach dir. So danke ich dir immer wieder für unsere gemeinsame Erinnerung an unser göttliches Sein. Es gibt nichts zu fürchten. In Wahrheit ist nichts bedroht. Uns allen einen guten Weg zur stillen Einkehr in uns. Gott ist. Amen. Amen. Vielen Dank.